Also, wir, ähm, vielen Dank, wir, Bundeslager auf dem Schachen, total abgefahrene Geschichte, ähm, mein erstes Lager hier auf dem Schachen war 1997, äh, da sitzen noch ein paar Leute, da war das auch das erste Lager, das war ein Landeslager hier oben, und, ähm, wir sind ja hier in einem Württemberger Teillager und die meisten kennen das vielleicht, und die, die es noch nicht ganz kennen, die wissen vielleicht auch, dass der Schachen ein magischer Ort ist, und, äh, dieser magische Ort, da dreht sich alles um, ein ganz bestimmtes, ein ganz bestimmtes Artefakt, und dieses Artefakt, das befindet sich oben in dem verwunschenen Wald oben auf dem Hügel, und, ähm, weil das einfach so abgefahren toll ist, dass wir hier dieses Lager, dieses Bundeslager auf dem Schachen haben, ähm, wollen wir diesen magischen Ort und, äh, diesen, dieses besondere Artefakt noch in einem Lied besingen, und all die, die das kennen, können natürlich sehr, sehr gerne mitsingen, das, ähm, EINW statue EINW 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 Und vor vielen tausend Jahren, als die Felder noch mehr bewahren, war die Welt um dich herum, schön und bunt und beider stumm. Aus jeglichem Revier kamen die Fische gern zu dir, erzählten vor ihren Augen und Abenteuern im Meer. Komm, lass uns fragen, was ist geschehen in all den Jahren? Komm, erzähl uns dein Geheimnis, Schattenstein. Die ersten Sonnenstrahler, die für dich damals noch Fände waren, schufen eine neue Welt und am Himmels zählt. Viele Tiere, groß und klein, gingen den Weg zu diesem Stein. Und in dem sie alle betragten, er wird ihr Beschützer sein. Komm, lass uns fragen, was ist geschehen in all den Jahren? Komm, erzähl uns dein Geheimnis, Schattenstein. Die alten Leute sagen, du sollst große Kräfte haben. Mancher schreit im Land, nur die ein Ende fangt. Aus ferner Vergangenheit ist, wie wir glieden und wir streuen. Ein Zeichen der Zeiten, das in die Zukunft weist. Komm, lass uns fragen, was ist geschehen in all den Jahren? Komm, erzähl uns dein Geheimnis, Schattenstein. Komm, lass uns fragen, was ist geschehen in all den Jahren? Komm, erzähl uns dein Geheimnis, Schattenstein. Komm, erzähl uns dein Geheimnis, Schattenstein.